Da ich in letzter Zeit ständig hungrig war, überzeugte mich die Aussicht auf fettiges Essen. Ich griff nach meiner dicken Kapuzenjacke, zog sie über und folgte Blake zu seinem Pick-up. Der Wagen war nicht so groß wie die der meisten Typen in der Gegend, aber er sah gut aus und war funkelnagelneu. Wonach steht dir der Sinn? Er klatschte in die Hände und rieb sie gegeneinander, während der Motor warm lief. Nach allem, wovon man fünf Kilo zunimmt. Ich schnallte mich an. Blake lachte. Dann habe ich genau das Richtige. Ich lehnte mich an und beschloss, die Frage zu stellen, die mich quälte, seit Damon und ich mit Matthew gesprochen hatten. Was ist mit dem Luchs passiert, der dich geheilt hat? Er umklammerte das Lenkrad, bis seine Fingerknöchel weiß wurden. Ich, ich weiß es nicht, aber es bringt mich fast um. Ich würde alles tun, um es herauszufinden. Ich sah ihn an und mir wurde schmerzlich bewusst, dass ein Freund wahrscheinlich in den Fängen des VM war. Tot konnte er nicht sein, sonst wäre auch Blake nicht mehr am Leben. Ich wollte etwas Entsprechendes sagen, entschied mich aber im letzten Moment dagegen. In letzter Zeit war mir in Blakes Gegenwart zunehmend unbehaglich zumute. Ich konnte nicht genau sagen, warum. Und vielleicht lag es auch daran, dass Damon bei jeder sich bietenden Gelegenheit wiederholte, wie sehr er Blake misstraute. Aber auch ich hatte begonnen, an ihm zu zweifeln. Warum fragst du? Mit angespannten Miene sah er mich an. Ich zuckte mit den Schultern. Ich war nur neugierig. Was passiert ist, tut mir leid. Er nickte und eine Weile sagte niemand von uns etwas. Doch als wir an der Ausfahrt nach Moorfield vorbeifuhren, wurde ich langsam nervös. Hältst du es wirklich für eine gute Idee, so weit rauszufahren? Die Berge schützen uns nur in einem Umkreis von 80 Kilometern, oder? Das ist nur eine Schätzung. Alles im grünen Bereich. Ich nickte, wurde das ungute Gefühl in der Magengegend aber nicht mehr los. Mit jedem Kilometer, den wir uns weiter von meinem Zuhause entfernten, wurde ich unruhiger. Arum lebten offensichtlich in der Gegend und vielleicht wussten sie sogar, wer wir waren. Offenbar machten sie ja mit dem VM gemeinsame Sache. Ich war leichtsinnig und dumm gewesen. Ich rieb mir mit den Händen über die Jeans und starrte aus dem Fenster, während Blake einen Rocksong mitsummte. Schließlich griff ich in meine Tasche und zog mein Handy hervor. Wenn wir uns tatsächlich noch im Schutz des Beta-Quarzes befanden, sollte es für Blake eigentlich in Ordnung sein, wenn ich Damon Bescheid sagte. Du bist doch nicht eine von denen, die ihre Freunde über jeden Schritt, den sie tun, informieren müssen, oder, Katie? Blake deutete mit dem Kinn auf das Handy und lächelte, was sich aber nicht in seinen Augen widerspiegelte. Außerdem sind wir sowieso da. Ich war nicht eine von denen, aber... Er fuhr auf den Parkplatz vor einem kleinen Lokal, das damit angab, die besten Chicken Wings in ganz West Virginia zu servieren. Die pechschwarzen Fenster waren weihnachtlich geschmückt. Am Eingang wachte die riesige Statue eines Bergsteigers. Alles sah unglaublich normal aus. Wortlos gab ich Damon die Schuld daran, dass ich an Blake gezweifelt hatte, steckte das Handy wieder ein und folgte Blake ins Restaurant. Doch die Stimmung blieb seltsam angespannt. Ganz anders als die ersten beiden Male, die ich mit Blake essen gewesen war. Ihn dazu zu bringen, vom Surfen zu erzählen, war wie Glas zu zerdrücken, schmerzhaft und zwecklos. Ich erzählte ihm, wie sehr ich das Bloggen und Lesen vermisste, während er Nachrichten schrieb. Oder auf seinem Handy ein Spiel spielte, das konnte ich nicht genau sehen. Aber einmal glaubte ich, ein Schwein grunzen zu hören. Irgendwann hörte ich auf zu reden und konzentrierte mich darauf, die Haut von meinen Chicken Wings zu pulen. Um kurz nach sechs, als wir die zweite Limo ausgetrunken hatten, hielt ich es endgültig nicht mehr aus. Bist du fertig? Gleich. Es war bereits das zweite gleich. Ich setzte mich zurück, atmete langsam aus und begann, die roten Quadrate auf dem karierten Hemd eines Typen am Nachbartisch zu zählen. Das Weihnachtslied, das in einer Endlosschleife gespielt wurde, kannte ich auch schon auswendig. Ich versuchte es noch einmal. Ich würde jetzt wirklich gern nach Hause. Seine haselnussbraunen Augen verdunkelten sich genervt. Ich dachte, es würde dir Spaß machen, mal rauszukommen und einfach nur zu chillen. Ja, aber wir sitzen hier rum und reden nicht einmal miteinander, während du auf deinem Handy Schweinepiksen spielst. Das macht mir nicht besonders viel Spaß. Er stützte die Ellbogen auf dem Tisch auf und legte sein Kinn in die Hände. Worüber würdest du denn gerne reden, Katie? Sein Ton machte mich noch wütender. Seit über einer Stunde versuche ich es mit allen möglichen Themen. Und? Machst du Weihnachten was Besonderes? Fragte er. Ich atmete tief durch und versuchte, mich zu beherrschen. Ja, meine Mom hat dieses Jahr tatsächlich mal frei. Wir feiern mit Will zusammen. Dem Arzt? Klingt, als würde es langsam ernst zwischen ihnen. Ja. Die Tür wurde geöffnet und ich zog fröstelnd meine Kapuzenjacke fester um mich. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das der einzige Grund ist, warum... Blakes Telefon piepte und sofort schaute er aufs Display. Verärgert presste ich die Lippen aufeinander und starrte auf den leeren Tisch hinter ihm. Bist du fertig? Fragte er. Gott sei Dank. Ich griff nach meiner Tasche, stand auf und ging hinaus, ohne zu warten, bis er die Rechnung bezahlt hatte. Meine Stiefel knirschten auf dem festen Schnee. Seit November schneite es unablässig jeden Tag einige Zentimeter. Es war wie ein einziges langes Vorspiel für einen gewaltigen Blizzard. Kurze Zeit später kam Blake heraus. Danke fürs Warten, sagte Emberisch. Ich verdrehte die Augen, hielt aber den Mund, während wir in seinen Wagen stiegen und er losfuhr. Die Arme hatte ich vor der Brust verschränkt und ich fühlte mich wie die zickige Freundin, was natürlich gar nicht stimmte. Zwischen uns lief nichts. Trotzdem hatte ich das Gefühl, wir hätten gerade ein albtraumhaftes Date hinter uns. Und als wollte er alles noch schlimmer machen, fuhr er jetzt im Schneckentempo. Ungeduldig wippte ich mit dem Bein. Ich wollte nur noch nach Hause. Heute würden wir nicht mehr trainieren. Ich würde mir ein Buch nehmen und lesen, einfach aus Spaß. Dann würde ich bloggen. An Blake und diese beschissenen Alienkräfte würde ich keinen Gedanken mehr verschwenden. Mein Blick fiel in den Fußraum. Unter den Sohlen meiner Stiefel befand sich etwas Hartes, Schmales auf dem Boden. Als ich den Fuß zur Seite nahm, spiegelte sich das Licht des Highways in etwas Goldglänzendem. Neugierig beugte ich mich hinab. Doch plötzlich spürte ich, wie der Obsidian unter meinem Pullover zu glühen begann. Im selben Moment geriet der Wagen ins Schlingern, kam von der Straße ab und landete im Graben. Der Stein versenkte mir die Haut und mein Herz raste. Ruckartig drehte ich mich zu Blake um. Ein Arum ist in der Nähe. Ich weiß. Mit verbissener Miene stellte er den Motor ab. Los, raus mit dir, Katie. Was? kreischte ich. Du sollst aussteigen. Er beugte sich zu mir herüber und schnallte mich ab. Wir trainieren. Mit grausamer Härte wurde mir klar, welches Spiel hier gespielt wurde. Zitternd atmete ich aus. Der Obsidian wurde immer heißer. Du bist absichtlich aus dem Bereich rausgefahren, der vom Beta-Quarz geschützt ist. Wenn die stärksten Fähigkeiten bei dir mit Gefühlen verknüpft sind, brauchen wir eine für dich emotionale Situation, um herauszufinden, wozu du wirklich in der Lage bist. Danach können wir unter weniger aufregenden Umständen üben. Genau wie wir es mit dem Messer und den Kissen gemacht haben. Er beugte sich weiter herüber und öffnete die Wagentür. Die Arum können uns besser wahrnehmen als die Lux. Das hat mit unserer DNA zu tun. Die Lux haben eine eingebaute Tarnung in ihrer DNA. Wir nicht. Ich rang nach Atem. Das hast du mir nie erzählt. Bisher warst du ja immer vom Beta-Quarz geschützt. Und das Problem stellte sich nicht. Entgeistert sah ich ihn an. Nicht auszudenken, was gewesen wäre, wenn ich, bevor ich davon erfahren hatte, mit meiner Mutter zum Beispiel zum Shoppen aus dem Bereich herausgefahren wäre. Wir wären sofort überfallen worden. Interessierte das Blake überhaupt? Jetzt steig endlich aus, drängte er. Sicher nicht. Nein, wenn dort ein Arum lauert, werde ich garantiert nicht aussteigen. Du bist wahnsinnig. Das schaffst du schon. Er klang, als wollte er mich ermutigen, vor der Klasse ein Referat zu halten, und nicht, als müsste ich einem lebensgefährlichen Alien gegenübertreten. Ich werde schon dafür sorgen, dass dir nichts passiert. Dann stieg er aus, verschwand im dichten Wald und ließ mich allein im Wagen zurück. Ich saß wie vom Blitz getroffen da und starrte nach draußen, wo es immer dunkler wurde. Ich konnte nicht fassen, was er mir zumutete. Wenn ich die Nacht überlebte, würde ich Blake umbringen. Ein tiefschwarzer Schatten glitt über die Straße und folgte Blakes Spur in den Wald. Ein Knall war zu hören und Licht flammte auf, das den Himmel kurz erhellte. Dann war es wieder finster und ich hörte Blake schmerzerfüllt schreien. Eilig stieg ich aus, schlug die Tür zu und blinzelte in die Nacht. Blake? Als niemand antwortete, wurde ich panisch. Blake? Ich blieb am Waldrand stehen, da ich mich davor scheute, ihn zu betreten. Eine unnatürliche Stille umgab mich und ich zog wieder die Kapuzenjacke fröstelnd fester um mich. Verdammt! Ich machte auf dem Absatz kehrt und hastete zu Blakes Wagen zurück. Ich würde meine Mom anrufen. Oder sogar Damon. Niemals, bevor ich noch einen weiteren Schritt machen konnte, bildete sich vor der Beifahrertür ein Schatten. Nach und nach entwickelten sich aus der dunklen, öligen Masse die Umrisse eines Mannes, der mir den Weg verstellte. Mist, zischte ich leise. Er hatte verblüffende Ähnlichkeit mit dem Typen, den wir vor Warns Haus gesehen hatten. Hallo, wen haben wir denn hier? Du bist etwas ganz Besonderes, nicht wahr? Abermals machte ich auf dem Absatz kehrt und rannte los. Meine offene Jacke wehte wie Flügel hinter mir her. Ich lief schnell, schneller als je zuvor. So schnell, dass sich die Schneeflocken, die mir der schneidende Wind ins Gesicht peitschte, wie kleine Steine anfühlten. Ich war nicht einmal sicher, ob meine Füße überhaupt noch den Boden berührten. Doch ich konnte noch so schnell laufen. Der Arum war schneller. Ein finsterer, trüber Schatten erschien erst neben mir und dann vor mir. Über Eis und Schnee schlitternd griff ich nach dem Obsidian und war bereit, die Spitze in die nächstbeste Stelle seines Körpers zu rammen. Doch der Arum ahnte, was ich vorhatte, und holte mit seinem Schattenarm aus. Der Schlag traf mich in die Magengrube. Im hohen Bogen flog ich durch die Luft und landete auf der Seite. Ein scharfer Schmerz zuckte mir durch die Knochen. Ich rollte auf den Rücken und blinzelte mir den Schnee von den Wimpern. Jetzt wusste ich, warum Damon so unerbittlich war, wenn es darum ging, mich von einer Auseinandersetzung mit den Arum fernzuhalten. Ich lag bereits auf der Fresse und der Kampf hatte noch nicht einmal begonnen. Wieder sah ich einen öligen Schatten in mein Blickfeld kriechen. Da der Arum nicht in menschlicher Form über mir stand, nahm ich seine Stimme nur als bedrohliches Murmeln inmitten meiner eigenen Gedanken wahr. Du bist keine Luchs, aber du bist etwas einzigartiges. Was für Kräfte hast du? Kräfte? Die Kräfte, die Damon mir übertragen hatte, als ich von ihm mutiert worden war. Der Arum würde sie mir rauben, indem er mich umbrachte. Doch auch ich hatte schon einen Arum umgebracht, indem ich Damons und Dies Kräfte angezapft hatte. Blake glaubte, dass ich diese Fähigkeit, diese Quelle noch in mir hatte. Es musste so sein. Wenn nicht, wäre es vorbei mit mir. Und ich wollte mich doch verteidigen können. Ich durfte hier nicht einfach liegen bleiben und darauf warten, gerettet zu werden. Was hatte Blake gesagt? Was sollte ich mir vorstellen? Kleine Blitze in den Blutbahnen und von Licht umgebene Zellen? Der Arum beugte sich zu mir herunter. Die Rauchschwaden, die mir entgegenvollen, waren dicht und kälter als der harte Boden unter mir. Ein russiges, transparentes Lächeln wurde sichtbar. Leichter als gedacht. Ich kniff die Augen zusammen und stellte mir jede einzelne verdammte Zelle, die ich je im Bio-Unterricht gesehen hatte, von Licht umgeben vor. Ich dachte an den Moment, als mir zum ersten Mal ein Gefühl wie ein Blitz durch die Blutbahnen gezuckt war. Während mir der Arum mit kalten Fingern über die Wange strich, hielt ich an diesen Gedanken fest, bis ein mächtiger Schwall glutheißer Lava durch meine Adern rauschte. Es begann mit einem Knacken. Ein kleines Licht brannte hinter meinen Augenlidern und mein Arm fühlte sich auf einmal siedend heiß an. Das Licht hinter meinen Lidern war rötlich-weiß. Die Kraftquelle zerstörte restlos, löschte komplett aus. Ich spürte sie in meinen Adern brodeln und hundert Verheißungen zischen. Sie rief mich, begrüßte mich. Sie hatte darauf gewartet, dass ich ihren Ruf erhören würde. Als ich mich erhob, fegte der Wind den Schnee unter mir fort. Ich öffnete die Augen und der Arum wich zurück. Er befand sich irgendwo zwischen Mensch und Schatten. Ich war jetzt auf den Beinen und atmete kaum. Ich fühlte sie, was aufregend und furchteinflößend zugleich war. Jeder Nerv meines Körpers war zum Leben erweckt worden und kribbelte. Sie, diese Kraft, wollte benutzt werden. Es schien das Natürlichste auf der Welt zu sein. Ich krümmte die Finger nach innen. Alles um mich herum leuchtete weißlich-rot auf. Zerstöre. Der Arum war jetzt wieder ganz in seiner Schattenform und breitete sich endlos aus wie der Nachthimmel. In mir ertönte ein zuschnappendes Geräusch. Dann schoss die Energie mit enormer Geschwindigkeit aus meinen Fingerspitzen und in den Arum hinein. Er wirbelte durch die Luft, doch die Quelle ließ nicht von ihm ab. Oder ich war es, die sie dazu zwang. Doch er veränderte sein Erscheinungsbild so schnell, dass mir schwindelig wurde. Er erstarrte und zerbarst im nächsten Moment in unzählige kleine Schattensplitter. Der Obsidian auf meiner Brust kühlte wieder ab. Perfekt, kommentierte Blake und klatschte. Das war einfach unglaublich. Du hast einen Arum mit einem einzigen Schlag erledigt. Die aufgeladenen Wellen kehrten zu mir zurück und das rötlich-weiße Licht ließ nach. Mit der zerstörerischen Kraft der Quelle war auch ein Großteil der Energie aus meinem Körper gewichen. Ich wandte mich Blake zu und merkte, wie etwas anderes die entstandene Leere füllte. Du, du hast mich mit einem Arum allein gelassen. Ja, aber sieh dir mal an, was du getan hast. Grinsend kam er auf mich zu, als wäre ich seine Lieblingsschülerin. Du hast einen Arum getötet, Katie. Du hast es ganz allein geschafft. Ich holte Tiefluft. Es tat weh. Alles tat weh. Was, wenn es mir nicht gelungen wäre? Er sah mich ratlos an. Aber das ist es doch. Fröstelnd ging ich einige Schritte rückwärts und merkte erst jetzt, dass meine Hose vollkommen durchnässt war und an meiner kalten, wunden Haut klebte. Was, wenn ich es nicht geschafft hätte? Blake schüttelte den Kopf. Dann, dann wäre ich jetzt tot. Zitternd legte ich eine Hand auf die Hüfte. Mein Hintern schmerzte höllisch von dem Sturz. Interessiert dich das überhaupt? Natürlich. Er trat vor mich und legte seine Hand auf meine Schulter. Ein Stechen fuhr mir durch den Arm und ich schrie laut auf. Fass mich nicht an. Plötzlich wirkte er nicht mehr ratlos, sondern wütend. Du überreagierst. Dabei solltest du dich freuen. Was du getan hast, ist fantastisch. Verstehst du das denn nicht? Niemand tötet einen Aro mit einem einzigen Schlag. Das ist mir egal. Ich begann in Richtung Auto zu humpeln. Ich will nach Hause. Katie, sei nicht so. Alles ist gut. Was du getan hast, bring mich jetzt endlich nach Hause, brüllte ich, den Tränen und der Verzweiflung nah. Mit ihm stimmte tatsächlich etwas nicht. Ich will nur noch nach Hause. Der nächste Tag war der letzte vor den Ferien und ich war zu spät dran zur Mathe-Stunde. Als ich mich eilig auf meinen Platz gleiten ließ, zuckte ich vor Schmerzen zusammen. Es war gut möglich, dass ich mir das Steißbein gebrochen hatte. Sitzen war extrem unangenehm. Lisa hob eine Augenbraue, als sie sah, wie schwer ich mich tat, eine erträgliche Position zu finden. Alles in Ordnung? Erkundigte sich auch Damon und ich fuhr leicht zusammen. Ja, antwortete ich leise und drehte mich vorsichtig. Ich war überrascht, dass er seinen Stift heute nicht eingesetzt hatte. Ich habe nur irgendwie beim Schlafen falsch gelegen. Misstrauisch verengte er die Augen. Hast du auf dem Fußboden geschlafen, oder was? Ich lachte nüchtern. So fühlt es sich an. Damon hielt mich davon ab, mich wieder umzudrehen. Kat? Was ist? Sofort wurde mir unbehaglich zumute. So wie er mich ansah, fühlte ich mich bis auf die Haut entblößt. Ach, egal. Er setzte sich zurück und verschränkte die Arme, ohne mich aus den Augen zu lassen. Bist du heute Abend nach wie vor dabei? Ich biss mir auf die Lippen und nickte, während ich mir vornahm, auf dem Nachhauseweg Energydrinks einzukaufen. Als ich nach meinem Ausflug mit Blake nach Hause gekommen war, hatte ich den geheimen Schokovorrat meiner Mutter geplündert, was mir meine Energie jedoch auch nicht zurückgebracht hatte. Mit zusammengebissenen Zähnen drehte ich mich wieder nach vorn und versuchte, den Schmerz nicht zu beachten. Es könnte schlimmer sein. Ich könnte tot sein. Den ganzen Vormittag sitzen zu müssen, war die reinste Hölle. Ich litt extrem unter den Nachwirkungen des Aufpralls auf den kalten, harten Boden am Vortag. Der einzige Trost war, dass Blake nicht zum Bio-Unterricht erschien, auch wenn ich nicht wusste, was das zu bedeuten hatte. Am Abend zuvor hatte ich im Bett gelegen und das Geschehene noch einmal Revue passieren lassen. Hätte Blake mich vor die Hunde gehen lassen, wenn ich nicht in der Lage gewesen wäre, die Quelle zu nutzen, um den Arum zu erledigen? Ich war mir nicht sicher, und das beunruhigte mich. Ich wollte den Bio-Raum gerade verlassen, als mich Matthew zurückrief. Er wartete, bis die Klasse leer war, bevor er anfing zu sprechen. Wie geht es dir, Katie? Gut, antwortete ich überrascht. Und selbst? Matthew lächelte schmallippig und lehnte sich gegen die Tischkante. Die ganze Stunde lang hast du ausgesehen, als hättest du Schmerzen. Hoffentlich lag es nicht an meinem Unterricht. Ich wurde rot. Nein, das hatte mit dem Unterricht nichts zu tun. Ich habe in der Nacht falsch gelegen, und jetzt tut mir alles weh. Er wandte den Blick ab. Ich will dich nicht aufhalten. Aber wie geht es? Jetzt verstand ich, warum er wirklich mit mir hatte sprechen wollen. Ich blickte auf die offene Tür. Mit Damon ist alles in Ordnung. Ich meine, den Umständen entsprechend. Matthew schloss kurz die Augen. Er ist für mich wie ein Sohn. Alle beide. Die ebenfalls. Ich will nicht, dass er sich unüberlegt in etwas hineinstürzt. Das wird er nicht, versicherte ich ihm, weil ich ihn beruhigen wollte. Matthew sollte besser nicht erfahren, dass Damon Vaughn nachstellte. Er wäre sicher nicht begeistert. Das hoffe ich doch. Matthew sah mich aus geröteten Augen an. Einige Dinge lässt man lieber im Dunkeln. Die meisten Leute suchen nach Antworten, und nicht immer gefällt ihnen, was sie dann zu hören bekommen. Manchmal ist die Wahrheit schlimmer als die Lüge. Er wandte sich wieder seinem Pult zu und blätterte einen Stapel Papier durch. Ich hoffe, dass du heute Nacht besser schläfst, Katie. Ich merkte, dass das Gespräch damit beendet war und verließ äußerst befremdet den Klassenraum. Trank Matthew etwa bei der Arbeit? Dies war eindeutig die seltsamste Unterhaltung, die ich je mit ihm geführt hatte, und die längste mit ihm allein. Das Mittagessen verbrachte ich mit meinen Freunden, und ich versuchte, den Abend zuvor zu vergessen. Dee und Adam beim Knutschen zu beobachten, war eine gute Ablenkung. In den seltenen Momenten, in denen ihre Münder nicht aneinander festklebten, redeten sie über das bevorstehende Wochenende und über Weihnachten. Doch jedes Mal, wenn Dee mich ansah, wirkte sie niedergeschlagen. Zwischen uns hatte sich ein Graben gebildet, und ich vermisste sie. Ich vermisste meine Freunde so sehr. Als der Unterricht zu Ende war, ging ich zu meinem Schließfach, um ein Englischbuch zu holen. Nach den Ferien war ein Aufsatz fällig. Während ich es in den Rucksack schob, hörte ich jemanden meinen Namen rufen. Ich blickte auf und verkrampfte, als ich Blake auf mich zukommen sah. Hi, du warst gar nicht in Bio. Ich bin später gekommen, erwiderte er, und lehnte sich gegen das Schließfach neben meinem. Ich kann heute nicht mit dir trainieren, und in den Weihnachtsferien auch nicht. Ich fahre mit meinem Onkel Verwandte besuchen. Ich war so erleichtert, dass mir schwindelig wurde. Nach dem gestrigen Abend war ich mir nicht sicher, ob ich überhaupt je wieder mit Blake trainieren wollte, trotz meines Ziels, mich selbst verteidigen zu können. Doch jetzt war nicht der rechte Zeitpunkt, um das zu besprechen. Okay, viel Spaß. Er nickte, wirkte aber abwesend und in Gedanken versunken. Ich räusperte mich. Gut, ich mach mich dann mal auf den Weg. Bis nach den... Warte, er kam näher. Ich wollte mit dir über gestern Abend reden. Langsam schloss ich die Schließfachtür, auch wenn ich sie am liebsten zugeschlagen hätte. Weshalb? Ich weiß, dass du sauer bist. Ja, das bin ich. Ich sah ihn an. Konnte er wirklich nicht verstehen, warum? Du hast mein Leben aufs Spiel gesetzt. Was, wenn ich die Quelle nicht hätte nutzen können? Dann wäre ich jetzt tot. Ich hätte es nicht zugelassen, dass er dir etwas antut. Er wirkte aufrichtig. Du warst in Sicherheit. Die Prellungen überall an meinem Körper sprechen da aber eine andere Sprache. Er seufzte gereizt. Ich verstehe immer noch nicht, warum du dich nicht mehr darüber freust. Die Kräfte, die du an den Tag gelegt hast, sind fantastisch. Ich hob den Rucksack von meinem schmerzenden Rücken. Okay, lass uns doch über das Training reden, wenn du wieder da bist. Er wirkte, als wollte er widersprechen, denn die Flecken auf seiner Iris verdunkelten sich. Doch dann wandte er sich seufzend ab. Ich wollte die Schule nur noch verlassen, mich zu Hause in mein Bett legen und so weit wie möglich von ihm entfernt sein. Fort von dem Typen, den ich einst für normal gehalten hatte. Von dem ich geglaubt hatte, dass er mir helfen wollte, weil es uns ähnlich ging. Und jetzt war ich nicht einmal mehr sicher, ob er sich überhaupt darum scherte, ob ich seine Trainingsmethoden überlebte oder nicht. Zu Hause angekommen, zog ich mich sofort um und sobald ich eine gemütliche Jogginghose und ein Fleece-Shirt anhatte, legte ich mich hin, um ein Nickerchen zu machen. Ich verschlief den ganzen Nachmittag bis in den Abend hinein. Als ich aufstand, war meine Mutter schon fort. Ich machte mir ein Sandwich und suchte alle Bücher zusammen, die ich im letzten Monat bekommen hatte. Ich legte sie neben meinen Laptop und war gerade dabei, die Webcam so einzustellen, dass sie nicht in meine Nase zoomte, als ich das vertraute Prickeln im Nacken spürte. Ich blickte auf die Uhr. Es war noch nicht einmal zehn. Seufzend stand ich auf und ging zur Tür, um ihn zu öffnen, bevor Damon überhaupt geklopft hatte. Mit erhobener Hand stand er vor mir. Langsam nervt es mich, dass du immer weißt, wann ich komme, sagte er stirnrunzelnd. Ich dachte, es würde dir gefallen, du Superstalker. Ich habe dir doch schon gesagt, ich stalke dich nicht. Er folgte mir ins Wohnzimmer. Ich behalte dich im Auge. Gibt es da einen Unterschied? Ich setzte mich aufs Sofa. Damon ließ sich neben mich fallen. Seine Oberschenkel drückten gegen meine. Ja, da gibt es einen Unterschied. Manchmal macht mir deine Vorstellung von Logik Angst. Ich wünschte, ich hätte mir etwas anderes angezogen. Er trug auch nur Jeans und Pullover, sah aber trotzdem gut aus. Ich hingegen hatte ein Shirt mit kleinen Erdbeeren darauf an. Wie peinlich. Was tust du eigentlich so früh hier? Er lehnte sich zurück und kam mir dabei noch näher. Er roch nach einem frischen Herbstmorgen. Warum musste er mir nur immer so nahe kommen? Ist Bill heute Abend nicht hier gewesen? Ich klemmte mir die Haare hinters Ohr und versuchte, den verrückten Drang, mich in seine Arme zu kuscheln, in den Griff zu bekommen. Nein, er ist zu Verwandten gefahren. Sein Blick fiel auf den Laptop. Was machst du da? Drehst du noch so ein Video? Hatte ich gerade vor. Ich habe schon eine Weile keins mehr gedreht, aber dann bist du gekommen und das war's dann. Er grinste. Kannst du doch trotzdem machen. Ich verspreche, dass ich mich benehme. Träum weiter. Warum? Er hob die Hand und das oberste Buch segelte zu ihm. Hey, ich habe eine Idee. Ich könnte so tun, als wäre ich er. Was? Als ich ihn fragend ansah, zeigte er mir den blonden Typen auf dem Cover. Moment mal, du meinst aber nicht. Statt Damon sah ich plötzlich eine perfekte Kopie des Typen vom Cover vor mir, von der blonden Stirnlocke über die babyblauen Augen bis hin zu dem grüblerischen Blick. Wow, der sieht echt gut aus. Hallöchen. Oh mein Gott. Ich stupste ihn in die glatte Wange. Er war echt. Ich lachte. Das kannst du nicht machen. Die Leute würden total durchdrehen. Aber es würde definitiv eine Menge Aufmerksamkeit erregen. Er zwinkerte mir zu. Lustig wär's. Aber dieses Model auf dem Cover, ich nahm ihm das Buch aus der Hand und wedelte damit herum, ist ein echter Typ, der irgendwo lebt. Wahrscheinlich würde er sich wundern, wie er in mein Video geraten ist. Er schob die vollen Lippen vor. Da hast du recht. Der blond gelockte Kerl verschwand und Damon erschien wieder. Aber lass dich nicht aufhalten. Mach einfach deinen Film. Ich bin dein Assistent oder so. Ich musterte ihn und versuchte herauszufinden, ob er es ernst meinte. Ich weiß nicht. Ich halte auch den Mund und reiche dir nur die Bücher an. Ich bezweifle, dass du je in der Lage sein wirst, den Mund zu halten. Versprochen, sagte er grinsend. Auch wenn ich damit rechnete, dass es katastrophal enden würde, fand ich die Vorstellung, dass er in dem Video zu sehen sein würde, aufregend. Ich stellte die Webcam so ein, dass er ebenfalls im Bild war und drückte dann auf Aufnehmen. Ich holte Tiefluft und begann mit meinem Vlog. Hallo, ich bin Katie von Katies kreative Obsession. Sorry, dass ihr so lange nichts von mir gehört habt. Die Schule und... Kurz ging mein Blick zu Damon und ein paar andere Sachen sind mir in die Quere gekommen. Jedenfalls habe ich heute einen Gast. Das hier ist... Damon Black, stellte er sich selbst vor. Ich bin der Kerl, wegen dem sie nachts wach liegt und von ihm träumt. Ich wurde rot und stieß ihm mit dem Ellbogen in die Seite. Das stimmte überhaupt nicht. Er ist mein Nachbar. Und der Typ, von dem sie total besessen ist. Ich zwang mich zu einem Lächeln. Er ist ziemlich egozentrisch und hört sich gern reden, aber er hat versprochen, den Mund zu halten. Stimmt's? Er nickte und lächelte engelsgleich in die Kamera, aber seine Augen verrieten, wie er sich innerlich amüsierte. Oh ja, das war eine ganz schlechte Idee gewesen. Ich finde Lesen sexy. Damon grinste über sich selbst. Ich sah ihn erstaunt an. Ach ja? Ja. Und wisst ihr, was ich noch sexy finde? Er beugte sich vor, sodass nur noch sein Gesicht im Bild war und nickte mit dem Kopf in meine Richtung. Bloggerinnen wie sie. Echt heiß. Ich verdrehte die Augen und knuffte ihm in den Arm. Geh aus dem Bild, zischte ich. Damon setzte sich zurück und gab sich Mühe, die nächsten fünf Minuten den Mund zu halten. Brav reichte er mir ein Buch nach dem anderen, aber es gelang ihm nicht, sich Kommentare zu verkneifen. Mit Sprüchen wie »Der Typ sieht echt dämlich aus« oder »Was finden die bloß einen gefallenen Engel?« stahl er mir die Show. Die beste Aktion war, als er ein Buch vor mein Gesicht hielt und verkündete, »Dieser Sensenmann-Typ scheint genau nach meinem Geschmack zu sein, bringt Leute um und verdient damit auch noch sein Geld.« Am Ende konnte ich das Grinsen nicht mehr zurückhalten. »Das wär's für heute. Danke fürs Zuschauen.« Damon stieß mich fast zur Seite, damit er noch einen letzten Kommentar anbringen konnte. »Und nicht vergessen, es gibt auf der Welt Cooleres als gefallene Engel und tote Typen. Ich sag's ja nur.« Er zwinkerte seinem Publikum zu. Ich sah eine ganze Horde schmachtener weiblicher Fans vor mir. Schließlich schob ich ihn von mir und stellte mit einem kurzen Seufzen die Webcam aus. »Du stehst gerne im Rampenlicht, oder?« Er zuckte mit den Schultern. »Das hat Spaß gemacht. Wann machst du es wieder?« »Nächste Woche, falls ich neue Bücher kriege.« »Neue Bücher?« Erstaunt riss er die Augen auf. »Du hast doch hier mindestens zehn Bücher, die du noch nicht gelesen hast.« »Das heißt aber nicht, dass ich keine neuen Bücher mehr kriege.« Ich musste lächeln, weil er so ungläubig aussah. In letzter Zeit bin ich nicht viel zum Lesen gekommen. Aber das wird sich wieder ändern, und dann habe ich wenigstens genug Vorrat. »Du bist seinetwegen nicht dazu gekommen, und das ist lächerlich.« Er wandte sich ab, und ich sah, wie sein Kiefer malte. »Lesen ist eine deiner Lieblingsbeschäftigungen, genau wie Bloggen. Und beides hast du total aufgegeben.« »Habe ich nicht?« »Hast du doch, du Lügnerin,« widersprach er. »Ich habe es auf deinem Blog gesehen. Im letzten Monat hast du ganze fünfmal gepostet.« »Ich war fassungslos.« »Meinen Blog stalkst du also auch?« »Wie gesagt, ich stalke dich nicht.« »Ich behalte dich im Auge.« »Und, wie gesagt, ist deine Argumentation falsch.« Ich beugte mich vor und klappte den Laptop zu. »Du weißt genau, weshalb ich keine Zeit hatte, dass...« »Was zum Teufel?« »Stieß er hervor und zog mein Vliesshirt hinten hoch.« »He!« »Ich fuhr herum, ohne auf den stechenden Schmerz zu achten, der mich erneut durchfuhr.« »Was tust du da? Hände weg, du Arschloch!« Er blickte auf und seine Augen funkelten besorgt und rache durstig zugleich. »Sag mir sofort, warum dein Rücken aussieht, als wärst du aus dem zweiten Stock gefallen.« Mist. Ich stand auf und ging schnell in Richtung Küche, um Abstand zu gewinnen. Doch als ich mir eine Cola aus dem Kühlschrank holte, stand Damon bereits wieder hinter mir. »Ich... Ich bin beim Training mit Blake gestürzt. Ist aber nicht so schlimm.« Das klang glaubhaft, und die Wahrheit würde bei ihm einen Wutausbruch auslösen, den zurzeit niemand gebrauchen konnte. Damon hatte schon genug Sorgen. »In der Schule habe ich behauptet, dass ich in der Nacht falsch gelegen hätte, weil ich dachte, du würdest dich über mich lustig machen.« »Ja, das hätte ich auch. Ein bisschen jedenfalls. Aber verdammt, Kat, bist du sicher, dass nichts gebrochen ist?« »Nicht wirklich. Alles okay.« Ein besorgter Zug schlich sich in seine Miene, während er mir mit bohrendem Blick um den Tisch folgte. »Du hast dir in letzter Zeit aber oft wehgetan.« »Geht so.« »Eigentlich bist du doch gar nicht so tollpatschig, Kätzchen. Wieso passiert das dauernd?« Wie ein Raubtier, das kurz davor war, loszuspringen, kam er immer näher. Plötzlich war ich mir nicht mehr sicher, was schlimmer war, wenn er sich mit Lichtgeschwindigkeit fortbewegte oder mit schleichenden, wohlüberlegten Schritten, die mir einen Schauer über den Rücken jagten. »An dem Abend, als ich die Wahrheit über dich herausgefunden habe, bin ich im Wald gestolpert. Erinnerst du dich?« »Netter Versuch.« Er schüttelte den Kopf. »Du bist in vollem Tempo durch einen stockdunklen Wald gerannt. Selbst ich...« Er zwinkerte mir zu. »Na ja, ich vielleicht nicht. Aber jede normale Person wäre gestolpert. Nur ich bin so umwerfend, dass mir so etwas nicht passiert.« »Na ja.« »Mein Gott, der Kerl war anstrengend.« »Es sieht so aus, als würde es wehtun.« »Ein bisschen.« »Dann lass mich mal ran.« Er streckte die Hände aus und seine Finger verschwammen vor meinen Augen. »Warte.« Ich wich zurück. »Ist das eine gute Idee?« »Dich zu heilen kann nicht schaden. Nicht mehr jedenfalls.« Abermals versuchte er mich zu berühren, doch ich stieß seine Hand fort. »Ich will dir ja nur helfen.« »Ich hatte mich selbst in die Falle manövriert.« »Ich brauche deine Hilfe nicht.« Ein Muskel in seinem Kiefer begann zu zucken, als er den Kopf wendete. Kurz schien es, als hätte er aufgegeben, doch dann legte er den Arm um meine Hüften, und ehe ich mich's versah, saß ich mit ihm im Wohnzimmer auf dem Sofa, und zwar auf seinem Schoß. Verblüfft sah ich ihn an. »Das ist nicht fair.« »Wenn du nicht so verdammt stur wärst, wäre das gar nicht nötig gewesen.« Damon hielt mich fest, ohne auf meine Proteste zu achten, schob die Hand unter mein Shirt und legte sie mir flach auf den unteren Rücken. Wieder einmal durchfuhr es mich wie ein Blitz, als er mich berührte. »Ich kann dafür sorgen, dass du dich wieder besser fühlst. Sei nicht lächerlich.« »Wir haben Wichtigeres zu tun, Damon. Es gibt Leute, die gestalkt werden müssen. Lass mich los.« Ächzend vor Schmerzen versuchte ich, mich zu befreien. Ich war mir selbst nicht sicher, warum ich nicht wollte, dass er mich heilte. Wir hatten schon festgestellt, dass sich um mich herum keine Lichtspur mehr bildete, wenn ich ihm nahe gewesen war. Aber es verließen sich bereits zu viele auf ihn. »Nein«, sagte er. Ich spürte die Hitze auf meinem Rücken, und sie war so angenehm, dass ich gefährlich nah dran war, mich davon überwältigen zu lassen. Ich schnappte leise nach Luft, und einer seiner Mundwinkel hob sich. »Ich kann es nicht ertragen, dich so leiden zu sehen.« Ich öffnete den Mund, sagte aber nichts. Damon wandte sich ab und starrte auf eine leere Stelle an der Wand. »Belastet es dich wirklich, wenn ich Schmerzen habe?«, fragte ich. »Ich spüre es nicht körperlich, wenn es das ist, was du meinst.« Er hielt inne und atmete langsam aus. »Aber allein zu wissen, dass du Schmerzen hast, ist belastend genug für mich.« Ich senkte den Blick und hörte auf, mich zu wehren. Nur eine Hand lag auf meinem Körper, und doch nahm ich sie mit jeder einzelnen Zelle wahr. Als Blake zu mir gesagt hatte, ich solle an etwas denken, das sich wie kleine Blitze in meinen Blutbahnen anfühlte, hatte ich daran gedacht, wie mich Damon berührte, wie er mich küsste. Daran hatte ich gedacht, als ich die Quelle aufgerufen und den Arum getötet hatte. Das Heilen hatte eine einschläfernde Wirkung, als würde ich in der Sonne oder in eine Decke eingekuschelt liegen. Schlafmangel und seine Berührung lullten mich in sanften, gleichmäßigen Wellen ein. Ich legte den Kopf an seine Schulter, schloss die Augen und ließ mich fallen, während die Wärme seiner heilenden Hand durch meine Haut und die beschädigten Muskeln und Knochen hindurchstrahlte. Nach einiger Zeit merkte ich, dass mir nichts mehr wehtat, Damon hielt mich jedoch immer noch fest. Dann erhob er sich mit mir im Arm. Was hast du vor? Ich bringe dich ins Bett. Instinktiv wehrte ich mich. Ich kann selbst gehen. Mit mir geht es aber schneller. Und so war es. Gerade noch hatten wir von blinkenden Lichterketten am Weihnachtsbaum umgeben, vor dem Sofa gestanden und nun standen wir schon in meinem Zimmer. Siehst du? Ich war ein bisschen benommen, als er mich aufs Bett legte. Die Decke hatte er bereits zurückgeschlagen, ohne sie zu berühren. Sehr praktisch, wenn man beide Hände voll hatte. Damon deckte mich zu und schaute auf mich herab. Er schien zu zögern. Fühlst du dich besser? Ja, flüsterte ich und konnte den Blick nicht von ihm abwenden. Mit seinen Augen, die in der Dunkelheit leuchteten, sah er aus wie der Mann meiner Träume. Oder der Held aus einem meiner Lieblingsbücher. Er schluckte mehrmals langsam. Kann ich? Er sprach nicht weiter und mein Herz setzte einen Schlag aus. Kann ich dich einfach nur in den Arm nehmen? Mehr will ich gar nicht. Meine Kehle schnürte sich zu und ich brachte keinen Ton heraus. Da ich aber nicht wollte, dass er ging, nickte ich. Sofort schienen seine harten Züge weicher zu werden. Die Erleichterung war ihm anzusehen. Dann ging er um das Bett herum auf seine Seite, zog die Schuhe aus und legte sich neben mich. Er rückte näher an mich heran und streckte einen Arm aus. Ich schmiegte mich an ihn. Mein Kopf ruhte in der Kuhle zwischen seiner Schulter und seinem Hals. Ich bin gern dein Kissen, bekannte er und klang zufrieden. Auch wenn du auf mich sabberst. Ich sabbere nicht. Ich lächelte und legte meine Hand auf sein Herz. Wollten wir nicht Worn beschatten? Das kann bis morgen warten. Er neigte den Kopf und ich spürte seine Lippen auf meinem Haar, als er weitersprach. Ruhe dich aus, Kätzchen. Wenn du wieder aufwachst, bin ich fort. Sein Herz schlug unter meiner Hand genau im gleichen Rhythmus wie meins. Etwas schneller als zuvor. Ob es an der Heilung lag oder nur daran, dass wir so dicht beieinander lagen, wusste ich nicht. Doch ehe ich mich's versah, war ich sanft entschlummert und schlief den friedlichsten Schlaf seit Wochen. Ich wurde von einem wutentbrannten Katie Ann Swartz aus dem erholsamen Tiefschlaf gerissen, auf das ein heiseres Männerlachen folgte. Blinzelnd öffnete ich die Augen und versuchte mich daran zu erinnern, wann meine Mutter zum letzten Mal meinen vollen Namen benutzt hatte. Es war Jahre her. Damals hatte ich versucht, ein kleines Opossum zu streicheln, das irgendwie auf unseren Balkon geraten war. Mit offenem Mund stand meine Mutter im Morgenmantel im Türrahmen meines Zimmers. Hinter ihr war Will, der ein seltsam zufriedenes Lächeln im Gesicht hatte. Was, murmelte ich. Mein hartes Kissen bewegte sich. Ich sah herab und wurde knallrot. Damon lag noch immer in meinem Bett. Und ich halb auf ihm. Seine Hand, die meine umschloss, war auf seine Brust gedrückt. Oh nein, oh nein, oh nein. Mehr als peinlich berührt, zog ich meine Hand zurück. Es ist nicht so, wie es aussieht. Nicht? Meine Mutter verschränkte die Arme vor der Brust. Ach, sie sind nur jung, sagte Will grinsend. Immerhin sind sie angezogen. Das macht es auch nicht besser, keifte sie. Ich wollte mich aufsetzen, aber Damon rollte sich in meine Richtung und zog mich fester an sich. Dabei kuschelte er sich an meinen Hals. Ich starb tausend Tode und versuchte ihn fortzuschieben, doch er rührte sich nicht vom Fleck. Stattdessen öffnete er die Augen einen Spalt breit. Hm, was ist los? Ich schaute bedeutungsvoll in Richtung Tür. Stirnrunzelnd drehte er den Kopf und er starrte. Oh, wow, wie unangenehm. Er räusperte sich und nahm seinen Arm von meiner Taille. Guten Morgen, Mrs. Swartz. Meine Mutter lächelte gezwungen. Guten Morgen, Damon. Ich glaube, du solltest jetzt besser nach Hause gehen. Damon verließ so schnell mein Zimmer, wie es Menschen eben möglich war. Meine Mutter verschwand ohne ein Wort nach unten. Ich wusste, dass ich in ernsthaften Schwierigkeiten steckte. Als ich Will auf dem Flur begegnete, stellte ich fest, dass er barfüßig war. Anscheinend war ich nicht die Einzige in diesem Haus, die einen Mann im Bett gehabt hatte. Meine Mutter war gerade dabei, die Kaffeekanne in die Maschine zu stellen. Es ist nicht so, wie du denkst, Mom. Versprochen. Sie wirbelte herum und stemmte die Hände in die Hüften. Du hattest einen Jungen in deinem Bett. Was soll ich da denken? Du hattest aber auch einen Übernachtungsgast, wie mir scheint. Ich schob die Kaffeekanne, die zu weit vorn stand, weiter in die Maschine. Ich bin hier die Erwachsene und kann in meinem Bett haben, wen ich möchte. Will erschien im Türrahmen und lachte. Da möchte ich widersprechen. Ich hoffe doch sehr, dass ich der Einzige bin. Eeeh, stöhnte ich und ging zum Kühlschrank, um mir Saft zu holen. Meine Mutter warf ihrem Freund einen strafenden Blick zu und fragte mich dann, Machst du so etwas öfter, wenn ich nachts arbeite, Katie? Ich seufzte. Nein, Mom. Ich schwöre, es ist nicht so. Wir haben gelernt und sind dann eingeschlafen. Ihr habt in deinem Zimmer gelernt? Mit der Hand strich sie sich das zerzauste Haar aus dem Gesicht. Bislang habe ich nie Regeln aufstellen müssen, aber ich glaube, das muss sich jetzt wohl ändern. Mom, stöhnte ich und blickte zu Will. Komm schon. Keine Jungs in deinem Zimmer. Unter keiner Bedingung. Sie holte die Kaffeesahne heraus. Und über Nacht schon gar nicht. Nirgends im Haus. Ich setzte mich und trank einen Schluck Orangensaft. Oh Mann, kannst du bitte aufhören, immer von Jungs im Plural zu sprechen? Sie schenkte sich einen Becher Kaffee ein. Blake ist andauernd hier. Und Damon auch. Da passt der Plural doch. Aber ich bin mit keinem von beiden zusammen, erwiderte ich gereizt. Soll mich das beruhigen, wenn ich einen von ihnen in deinem Bett vorfinde? Sie trank einen Schluck Kaffee und rümpfte dann angewidert die Nase. Schatz, ich habe mir bislang noch nie Sorgen machen müssen, dass du Dummheiten begehst. Ich stand auf und reichte ihr den Zucker, den sie vergessen hatte. Ich begehe keine Dummheiten. Mit keinem von beiden läuft etwas. Wir sind nur Freunde. Sie tat, als hätte sie meine Worte nicht gehört. Ich kann leider nicht viel zu Hause sein und muss dir vertrauen können. Bitte sag mir, dass du... vorsichtig bist. Mein Gott, Mom, ich habe keinen Sex. Ihr war anzusehen, dass sie nicht vollkommen davon überzeugt war. Pass bitte auf. Du willst nicht als Teenager-Mutter enden. Oh mein Gott, flüsterte ich und verbarg das Gesicht in den Händen. Außerdem beunruhigt mich noch etwas, fuhr sie fort. Erst war es Damon, dann schien es Blake zu sein und jetzt... Ich bin mit keinem von beiden zusammen, wiederholte ich zum gefühlt hundertsten Mal. Da hatte ich aber einen anderen Eindruck. Will hatte sich mit der Hüfte gegen die Spüle gelehnt und beobachtete uns. Bei dir und Damon. Das geht dich wirklich nichts an, gab ich zurück, weil es mich massiv störte, dass er dieses intime und entsetzlich peinliche Mutter-Tochter-Gespräch mit anhörte. Katie? mahnte meine Mutter. Will lachte nur. Schon in Ordnung, Cal. Sie hat recht. Es geht mich nichts an. Aber irgendetwas scheint dazwischen euch zu sein. Kurz erinnerte mich sein falsches, plastikhaftes Lächeln an jemanden. Nancy Hascher. Ich erschauderte. Mein Gott, war ich paranoid. Wir sind nur Freunde. Freunde, die nachts Händchen halten? Ich schaute zu meiner Mutter, aber sie war damit beschäftigt, die Risse im Porzellan ihres Bechers zu studieren. Ich fühlte mich vollkommen entblößt und schlang die Arme um mich. Die Sache tut mir leid, Mom. Wird nicht wieder vorkommen. Das hoffe ich doch. Mit ernster Miene wusch sie ihre Tasse aus. Das Letzte, was ich jetzt gebrauchen könnte, wäre ein Enkelkind. Ich hatte genug von diesem Gespräch und drückte mich an Will vorbei aus der Küche. Ach, meine Mutter befürchtete, sie würde demnächst Oma. Dieser Gedanke beunruhigte selbst mich. Ich nahm meinen Rucksack vom Boden und setzte mich aufs Sofa. Als ich aufblickte, sah ich meine Mutter und Will im Flur stehen. Er flüsterte ihr etwas ins Ohr und sie lachte leise. Bevor ich noch woanders hinschauen konnte, küsste er sie. Doch dabei sah er mir in die Augen. Mehrere Stunden später war Will noch immer im Haus. In meinem Haus. Nicht in seinem. Würden die Samstage, an denen meine Mutter frei hatte, ab jetzt immer so verlaufen? Würde ich ihnen dabei zuschauen dürfen, wie sie gemeinsam Kreuzworträtsel lösten und zwischendurch immer wieder knutschten? Am liebsten hätte ich mir die Augen ausgekratzt. Wie er mich ansah, löste Unbehagen in mir aus, als würde eine Kakerlaken-Invasion über mich herfallen. Wahrscheinlich war ich paranoid, aber ich konnte den Ekel nicht abschütteln. Kurz prüfte ich meinen Blog und sah, dass ich über 20 neue Kommentare bekommen hatte. Gespannt, warum sich plötzlich so viele Berufen fühlten, sich zu meinem Vlog-Beitrag zu äußern, scrollte ich sie durch. Einige ließen sich über die Bücher aus, die ich vorgestellt hatte, die anderen über den Typen an meiner Seite. Verdammt, er hatte meinen Blog an sich gerissen. Ich beschloss, mich mit meinem Englischaufsatz zu befassen und hörte dabei Musik. Als meine Mutter nach einer Weile kam und ich mir die Stöpsel aus dem Ohr zog, hoffte ich, dass sie nicht wieder über Sex reden wollte, insbesondere da Will, der sich längst häuslich eingerichtet hatte, in der Küche saß. Schatz, die ist hier. Dann klappte sie mein Englischbuch zu. Und bevor du behauptest, du hättest zu tun, oder mit einem der Jungs was vor, stehst du jetzt auf und sprichst mit ihr. Ich nahm den letzten Bissen meiner kalt gewordenen Pop-Tart und runzelte die Stirn. Okay. Sie schob sich den schrägen Pony aus dem Gesicht. Du kannst nicht jede freie Sekunde mit Larnen verbringen oder mit Blake oder sonst wem. Oder sonst wem? Als gäbe es eine ganze Liste von Jungs. Seufzend erhob ich mich. Während ich den Raum verließ, sah ich noch, wie sie auf den Weihnachtsbaum starrte und fragte mich, was sie wohl dachte. Die wartete vor der Tür und sah unwirklich aus. Es dauerte eine Weile, bis ich erkannte, dass es nur an ihrem weißen Pullover lag, der die gleiche Farbe wie der Hintergrund hatte. Es schneite so stark, dass ich kaum die nur wenige Meter entfernte Baumreihe erkennen konnte. Hi! grüßte ich wenig originell. Sie blinzelte und wich meinen Blick aus. Hi! antwortete sie mit gezwungener Fröhlichkeit. Ich hoffe, ich störe nicht. Ich lehnte mich gegen den Türrahmen. Naja, ich wollte gerade meinen Englischaufsatz anfangen, damit ich ihn aus dem Weg habe. Oh! Ihre rosafarbenen Lippen bogen sich nach unten. Naja, der muss jetzt warten. Wir schauen einen Film. Ich trat zurück. Mit allem, was geschehen war, und den vielen Lügen fiel es mir schwer, die um mich zu haben. Vielleicht ein anderes Mal. Ich habe im Moment echt viel zu tun. Wie wäre es mit nächstem Wochenende? Ohne die Antwort abzuwarten, begann ich, die Tür vor ihrer Nase zu schließen. Doch die stellte ihre verdammte Schnelligkeit unter Beweis und stieß sie wieder auf. Sie sah aus wie eine zornige, kleine Elfe. Das war extrem unfreundlich von dir, Katie. Ich errötete. Sie hatte recht. Dennoch hatte sie sich davon offensichtlich nicht vertreiben lassen. Es tut mir leid, aber ich habe echt einen Haufen Arbeit. Das verstehe ich. Sie schob die Tür weiter auf. Aber jetzt gehst du mit Adam und mir ins Kino. Die. Aus der Nummer kommst du nicht raus. Unsere Blicke trafen sich, und ich sah, wie gekränkt sie war. Ich schluckte und schaute weg. Ich weiß, Damon und du, fuhr sie fort. Naja, was auch immer zwischen euch läuft und was du mit Blake treibst. Und zugegeben, ich habe viel Zeit mit Adam verbracht. Aber das bedeutet doch nicht, dass wir nicht mehr befreundet sein können. Sie wippte auf den Fersen vor und zurück und legte die Hände unter dem Kinn zusammen. Zieh einfach deine Schuhe an, Katie, und komm mit. Bitte. Ich vermisse dich. Bitte. Wie konnte ich noch Nein sagen? Ich drehte mich um und ertappte meine Mutter, die in der Tür zur Küche stand und anscheinend gelauscht hatte. Auch sie sah mich bittend an. Ich hing zwischen den beiden fest und keiner von ihnen ahnte, dass ich mich nur von die fernhielt, weil es zu ihrem Besten war. Bitte. Flüsterte die noch einmal. Ich dachte daran, wie Damon mir vorgeworfen hatte, ich sei eine schlechte Freundin geworden. Das hatte ich gar nicht gewollt. Und die hatte so ein Verhalten nicht verdient. Ich nickte. Ich hole mir nur schnell ein Pullover und Schuhe. Sie sprang auf mich zu und umarmte mich kurz, aber fest. Ich warte hier. Wohl für den Fall, dass ich versuchte, mich zu drücken. Im Vorbeigehen warf ich meiner Mutter einen strafenden Blick zu und nahm dann meinen Kapuzenpulli von der Lehne des Fernsehsessels. Anschließend schlüpfte ich in ein paar Kniehohe, mit falscher Schafwolle gefütterte Stiefel. Bevor ich in den kalten Dezemberabend hinaustrat, steckte ich noch Geld ein. Der mit Schnee bedeckte Boden war glatt. Die hüpfte neben mir her, bis sie plötzlich losrannte, um sich Adam in die Arme zu werfen. Kichernd küßte sie ihn auf den Kopf und wandte sich wieder aus der Umarmung. Ich hielt mich mit den Händen in der Tasche meines Pullovers im Hintergrund. Hi, Adam. Er schien überrascht, mich zu sehen. Hi, kommst du wirklich mit? Ich nickte. Super. Er schaute zu Dee. Was ist mit? Dee eilte um Adams Geländewagen herum und warf ihrem Freund einen finsteren Blick zu. Ich setzte mich auf die Rückbank. Habt ihr noch jemanden eingeladen? Nachdem sie sich angeschnallt hatte, drehte sie sich zu mir um. Äh, ja, aber keine Sorge. Wirst du gleich sehen. Adam wendete in der Einfahrt und ich spürte das warme Prickeln im Nacken. Ich konnte nicht anders, als zu ihm zu schauen. Damon stand auf der Veranda. Er trug nichts als eine Jeans, obwohl es viel zu kalt dafür war. Ein Handtuch hing über seiner Schulter. So unmöglich es sein mochte, ich hätte schwören können, dass sich unsere Blicke gegenseitig anzogen. Ich schaute zu ihm, bis ich das Haus nicht mehr sehen konnte und war mir ziemlich sicher, dass er gewartet hatte, bis das Auto verschwunden war. 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 bis das Auto verschwunden war.